Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und heute wird es modisch genau mein Spezialgebiet. Ja, also wenn einer stylisch durch die Gegend läuft und weiß wann was stylisch ist, dann ja wohl mein Sohn in diesem Fall und ein Freund von ihm, die mir nämlich unterstützend beigestanden haben, dabei zu bewerten und sich anzugucken und auch zu präsentieren, was Adidas sich zusammen mit Lego, wie es genau zusammengestellt wurde, weiß ich nicht, aber zumindest vertrieben wird von Adidas in Zusammenarbeit mit Lego und was man sich da dann entsprechend anziehen kann. Dass ich dieses Video hier mache, hat damit zu tun, dass mir einige von diesen Angstkleidungsstücken zur Verfügung gestellt wurden, kostenfrei und da das jetzt nicht wirklich richtig Review ist, also ich habe jetzt hier nicht irgendwie gesagt, Junge, jetzt mal mit den Schuhen drei Wochen lang Dauerlauf machen und gucken wir mal, ob es hält, sondern eigentlich nur das Äußerliche präsentieren kann und ob es denn gefällt meinem Sohn. Daher jetzt Dauereinblendung, Werbung, also zumindest, ich habe kein Geld dafür bekommen, aber die Produkte und wie wir gleich sehen werden, nicht alle davon sind hier im Haushalt geblieben, weil da gefiel meinem Sohn nicht alles. Aber ich will nicht spoilern. Kommen wir erstmal zu den Probedaten. Also, die neue Kollektion ist da und da werden wir jetzt uns zu anderen, da ist die Winterjacke, uns gleich angucken. Wir gucken uns mal einen Schuh an, wir gucken uns mal eine Kapuzenjacke an, wir gucken uns Strümpfe an, wir gucken uns und eine Winterhose an und zum Beispiel auch noch ein Sweatshirt. Und das Ganze jetzt. Also, viel Spaß. Auf der Webseite von Adidas sieht man übrigens auch, dass es von den Teilen auch jeweils unterschiedliche Farbkombinationen gibt. Apropos Farbkombinationen. Die Lieblingsfarbe von meinem Sohn ist zwar gelb, so gesehen war also das, was uns hier zugeschickt wurde, grundsätzlich schon mal richtig. Aber, was er gar nicht mag, ist rosa. Und damit war er eigentlich der Meinung, das hier, ne, das zieht er nicht an. Deswegen hat er sich einen Freund geholt und der hat das jetzt für uns netterweise anprobiert und durfte es auch behalten. Und wir sehen hier schon, und das ist eigentlich für mich die größte Kritik an diesen ganzen Klamotten, dass da zwar natürlich dieses Noppige irgendwie dargestellt wird. Also, hinten das Adidas-Zeichen eben so ein bisschen pixelig, würde ich ja was sagen, ist. Und vorne steht auch was von Lego drauf. Aber das sind eben keine echten Noppen. Nun, klar kann man auch sagen, was soll denn am Rücken da jetzt auch so ein Zweimal-Vierer dranhängen. Aber irgendwie hätte ich es schon cool gefunden, wenn man es wenigstens hätte können. Ne, das, was wir da sehen, es ist zwar so ein bisschen erhaben, aber da kann man kein Steinchen ranbringen. Wir haben noch zwei Taschen, die wir hier sehen. Auch mit diesem rosa. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber, naja, mein Sohn hat, also war nicht mal bereit, es für fünf Minuten für die Kamera anzuziehen. Wie es sowieso schwierig ist, habe ich festgestellt, den richtigen Moment zu finden, wo Kinder auch Lust haben, mehr als ein Stück anzuziehen. Das, was wir gerade eben sahen, die Kapuzenjacke kostet übrigens 65 Euro, habe ich auf der Webseite gesehen. Wir kommen jetzt zum Sweatshirt. Das, hatte kein Rosa. Also hat es mein Sohn selber angezogen. Und das kostet 60 Euro übrigens. Wir sehen hier, er kämpft noch mit dem Anziehen. Wir mussten ihm natürlich auch erzählen, was da draufsteht. Mit sechs Jahren fängt er gerade erst an, lesen zu lernen. Aber, ich weiß nicht, ob Adi das, ob ihm das was gesagt hat. Wir haben es ihm auf jeden Fall gesagt. Auch hier dieses leicht noppige vorne mit dem Zeichen drauf. Wieder kein Stein, das da halten würde. Aber immerhin seine Lieblingsfarbe. Deswegen mochte er dieses, diesen Sweatshirt, weil es gelb ist. Also ja, wie gesagt, ich finde die Idee, mit Lego was zu machen, cool. Aber ich finde es schade, dass sie eben die Ideen nicht bis zum Ende getrieben haben. Und selbst wenn es vielleicht sinnlos ist, aber es zumindest mehr möglich gewesen wäre. Und das hatten wir bei dem ersten Schuh, den es ja mal gab. Da konnte man ja tatsächlich ein Steinchen mal draufsetzen. Und ja, man könnte auch sagen, es ist einfach pixelig. Also ich finde dieses Lego kommt, na doch, wenn man näher rangeht, sieht man schon. Also da sind es dann Noppen. Und also da kann ich zumindest sagen, dass mein Sohn dieses Sweatshirt gerne mochte. Also da hatte er nichts gegen. Wer jetzt gerade eben zugehört hat, weiß, wogegen er was hatte. Nämlich gegen diese Schuhe. Da reißt es auch das bisschen Gelb nicht raus. Wir Eltern fanden die eigentlich hübsch. Ich fand auch die Kombi eigentlich ganz nett. Riesige Noppen hinten. Da hält natürlich auch wieder nichts. Also ich habe jetzt nicht probiert, ob es Duplo hält. Aber nee, es ist dafür leider nicht gebaut. Die auch wertig natürlich sind. Ich meine, das ist Adidas. Also das ist jetzt nicht überraschend. Wie gesagt, wir haben keine langen Kontrollen gemacht. Ist immerhin Klettverschluss. Da muss man noch keine Schleife können. Das freut die Sportlehrerin auf jeden Fall. Und dann auch, dass da so ein bisschen das Ganze auch gehalten wird. Schön noppig auch von unten. Das heißt also auch im Winter oder zumindest bei etwas matschigerem Untergrund geht das also, dass das hält. Ja, schöne Schuhe. Allerdings habe ich auch geschluckt, als ich mal nachgeguckt habe, was die eigentlich gekostet haben oder hätten, wenn wir sie denn gekauft hätten. Nämlich 90 Euro kosten die. Da sind die Strümpfe, die uns mitgeliefert wurden, deutlich günstiger. Das ist nämlich gleich so ein Dreierpack. Also sechs Strümpfe, sprich drei Paare in verschiedenen Farben. Wobei ich das weiße Teil so ein bisschen aussieht wie so 70er, 80er Jahre Adidas Strümpfe. So Tennis Strümpfe. Aber die anderen, die finde ich wirklich ganz hübsch. Und die mochte auch mein Sohn. Also wieder natürlich die gelben vor allem. Und wenn ich sagen soll, was das Ganze kostet, tue ich es auch. 20 Euro kostet das Dreierpack übrigens. Hier mal die weißen. Ja, das ist eher klassisch. Also da muss man schon genauer gucken, ob da, dass man da tatsächlich was Legomäßiges von vorne findet. Ist nämlich nicht. Wir sehen aber hinten dran, da ist dann immerhin ein zweimal Vierer abgedruckt und passt natürlich zum Schuh. Also das Gesamtwerk sozusagen an dieser Stelle ist, ja, stimmig. Nur das ist aber auch Geld. Also ja, ich muss gestehen, als ich, als mein Kind größer wurde und ich zum ersten Mal selber auch Schuhe gekauft habe, habe ich auch gedacht, boah, das ist doch viel kleiner. Warum zahlt man denn da so viel? Aber das war auch nochmal so viel. Aber gut, das muss jeder selber entscheiden, ob es ihm dann wert ist. Und hier sehen wir jetzt nochmal die Gesamtkombi. Die Hose gehört nicht dazu. Ist zwar ein Iago, aber ist jetzt nicht Adidas aus der neuen Kollektion. Aber da sehen wir jetzt auch mit dem Kapuzenpulli dazu die Schuhe. Das passt, wenn es mein Sohn denn mögen würde. Ja, ist aber nicht so. Ja, beim Rest, da hat er sich dann breitschlagen lassen, das dann auch nochmal anzuziehen. Allerdings später erst. Da musste erstmal die Stimmung wieder da sein, um zu modeln. Und ja, was wir da links sehen, ist die Adidas X-Classic Lego Winter Padded Jacke für 110 Euro. Schön gefüttert. Wir sehen auch eine Kapuze dabei, die man abmachen kann. Sie hat auch kleine, sehr kleine Taschen. Das wurde von meinem Sohn gleich bemängelt, die man auch nicht schließen kann. Das ist im Sommer vielleicht auch nicht so dramatisch. Im Winter, wenn es dann doch auch mal nass wird und so. Da hätte ich es, glaube ich, ganz gerne, wenn da wenigstens noch ein Knopf wäre. Ist immer die Frage, ob das genutzt würde. Tatsächlich in dem Alter habe ich noch keine so richtigen Erfahrungswerte. Die Knöpfe sind hier oben. Also da kann man die Kapuze abmachen. Das ist cool. Damit kann man es dann zumindest, muss man nicht ständig das Teil da dran haben, wenn das Wetter entsprechend ist. Da gibt es dann auch an der Seite, dass es so ein bisschen reingeht. Also es hängt nicht so frei da. Da sehen wir Adidas. Wir sehen Lego. Aber auch hier eher dezent, dass es irgendwas mit Lego zu tun hat. Da sind es hier wieder so ein paar mehr Noppen. Da sehen wir nämlich wieder Adidas draufgeschrieben auf dieser Trainingshose. Die, ja, wäre jetzt nicht meine Farbe, aber sie hatte gelb. Und so gesehen fand auch die mein Sohn gut. Also so gesehen kann ich es schon mal sagen, alles hat irgendwie gefallen. Nur das, was rosa war, war bei meinem Sohn sofort unten durch. Und dafür hat es ihr seinem Freund gefallen. Also alles gut. Die müssen es allerdings auch nicht bezahlen. Ich musste es ja auch nicht. Hatte ich ja schon erwähnt. Und erwähnen kann ich vielleicht auch, dass das, was ich hier zeige und diese Kollektion sich tatsächlich, soweit ich sehe, eben an Kinder richtet. Oder Erwachsene, die sich dann da reinzwängen. Da muss man mal gucken, was die größte Größe jeweils ist. Aber die meisten Sachen sind sogar teilweise Kleinkinder. Also hier haben wir jetzt eben das für so, wie bei meinem Sohn, Sechsjährige und ein paar Ältere. Ja, die Hose mit der Jacke. Ich bin da kein Fachmann. Scheint aber okay zu sein. Vor allem war mein Sohn sehr erfreut, dass er tatsächlich dann sich diese Kapuze ins Gesicht ziehen konnte, damit er auch mal von Gesicht, also, dass man sein Gesicht nicht sehen konnte, aber es trotzdem zeigen konnte. Ja, jo, dann habe ich nochmal gesagt, bewegt dich mal, streck dich mal hierhin und dorthin und hat nichts gekniffen. Scheint also bequem gewesen zu sein, bis hin zum Tritt gegen die Kamera. Jo, damit vielen Dank an Lego und Adidas, dass mein Sohn diesen Winter nicht frieren muss. Und ja, man kriegt ja, was man sieht. Und man weiß auch, was es kostet. Und das muss dann wieder jeder selber entscheiden, ob es einem das wert ist. Bei Kindern ist das ja immer so, dass man nicht sagen kann, naja, das trägt er jetzt bis zur Konfirmation. Aber es fühlt sich schon an wie Adidas-Qualität. Da steht ja auch Adidas drauf, ohne dass ich das wirklich bis zum Ende beurteilen kann. Vielen Dank und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020